Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von One Piece Pirate Warriors 3. In diesem Video zeigen wir euch das Gameplay bzw. Moveset von Sabo mit der Teufelskraft von Ace der Feuerfrucht. Sabo ist sozusagen der Bruder von Ruffy und Ace. Des Weiteren ist er der zweite Kommandant der Revolutionsarmee, die von Monkey the Dragon angeführt wird. Das war es wieder von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Gameplay. Vergesst bitte nicht ein Like oder Abo dazulassen. Das war es mit diesem Video. Haut rein, euer Marotoxi. Ciao. Großartene Die Flucht haben wir jetzt auf der Flucht. Wir werden beginnen! Ich bin ein. Die Flucht haben wir nicht mehr so gut. Ich bin ein. Ich werde auf die Flucht und werde auf die Flucht zu verhindern. Ich bin ein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Das war's für heute. 00 00 00 00 00 00 00 Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Die Geist von der Brüste! Los geht's! Ich bin jetzt hier. Wenn du etwas sagen, wie du schlappst. Hau! Gehen Sie doch nicht! Das ist nicht so gut. Der Mann ist mein Mann. Da ist der Herr, etwas zu helfen. Sie sind unbekannte Kaisen. Bitte verletzen Sie sich! Oh, komm! Ich glaube, dass ich hier nicht verletze kann. Ich habe keine Ahnung, dass ich hier nicht verletze bin. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin ein Mann. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Gehen wir! Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist das Wettbewerb. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich.